Funktioniert Affiliate-Marketing wirklich? Ihr kennt bestimmt diese TikToks, Videos oder Werbungen im Internet, die einem versprechen, dass man super einfach mit Affiliate-Marketing reich werden kann. Kurze Erklärung, bei Affiliate-Marketing wird man anteilsmäßig an einem Verkaufspreis beteiligt, wenn man jemanden dazu bringt, etwas zu kaufen. Das Ganze wollte ich testen und habe mich auf die Suche nach dem bestbezahlten Affiliate-Programm gemacht. Ich bin nach kurzer Suche auf Audible gestoßen. Eigentlich ein ziemlich krasses Angebot. Man bringt jemanden dazu, einen Testmonat für 30 Tage zu starten und erhält dafür 10 Euro. Das hat zu gut geklungen, um wahr zu sein. Als erstes habe ich mich als Audible-Mitarbeiter verkleidet, mir einen Pulli mit Audible bedruckt, bin in die Innenstadt gegangen und habe Flyer verteilt, auf denen mein Link zu finden war. Ihr wollt einen kostenlosen Amazon-Probe-Monat? Schließt mal bitte einen Monat Amazon Audible for free auf. Wollt ihr einen kostenlosen Amazon Audible-Monat? Klar, warum nicht? Easy. Ich verstehe jetzt vorher, komm, vorher komm. Ja, ja, easy. Das hat so mäßig funktioniert, ich habe 70 Euro am ersten Tag verdient und warum das langfristig eine der dümmsten Entscheidungen meines Lebens sein sollte, erfahrt ihr später. Dann habe ich eine Instagram-enge-Freunde-Story gemacht, allen meinen Freunden gesagt, hey, mach dieses Abo, kündigt das auch meinetwegen sofort wieder, ich bekomme jedes Mal 10 Euro. Daraufhin haben sich viele Freunde von mir gemeldet und haben gefragt, wie es funktioniert. Ich habe gesagt, hey, wir können zusammenarbeiten, ich erstelle euch Links über meinen Link und wir machen 50-50. Und das sollte mein Durchbruch sein. Alleine in den ersten 24 Stunden konnte ich so 352,50 Euro verdienen, was völlig verrückt war. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nicht mal in GTA habe ich jemals einen funktionierenden Money-Glitch gehabt. An Tag 2 waren es schon 590 Euro, an Tag 3 waren es 1170 Euro, an Tag 4 waren es 1115 Euro und an Tag 5 nochmal 730 Euro. Insgesamt haben wir in den ersten 5 Tagen 3.990 Euro umgesetzt, wovon mein Anteil 2.175 Euro war. Wirklich völlig, völlig crazy. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, hielt ich es zu dem Zeitpunkt für eine gute Idee, meine Community zu bitten, auch über meinen Link, sich einen Audible-Probemonat zu machen und ich würde dafür dann 10 Euro bekommen. Das Ganze hat unglaublich gut funktioniert und ich habe innerhalb der ersten 7 Tage über 40.000 Euro verdient. Dachte ich zumindest. Das Geld wurde von Amazon bzw. Audible nie ausgezahlt, aus diversesten Gründen, beispielsweise, weil ich mich als Audible-Mitarbeiter verkleidet habe und diese Flyer in der Stadt verteilte. Das bedeutet, ich habe insgesamt 0 Euro verdient. Auch das Geld aus den ersten 5 Tagen habe ich nicht bekommen, deswegen eine der schlimmsten Entscheidungen meines Lebens, mich als Audible-Mitarbeiter zu verkleiden. Aber es war mega interessant herauszufinden,